Auf einen dummen Kopf fällt das Glück nicht, und wenn es doch fällt, dann bleibt es nicht lange. Zu betrügen ist Niedertracht, sich betrügen zu lassen ist Dummheit. Wenn du vergleichst, vergleiche dich mit deinesgleichen. Verstand ist nicht im Alter, sondern im Kopf. Deine Fehler sind deine Stärke. Auf krummen Wurzeln stehen die Bäume fester. Der größte Trick des Lebens ist, dass wir ein Gedächtnis haben, um uns zu erinnern, aber kein Werkzeug, um zu vergessen. Es gibt Monate, die ein ganzes Jahr ernähren können, und es gibt Jahre, die nicht mal einen Monat ernähren. Junge Menschen leben von Hoffnung, alte von Erinnerungen. Glück scheint immer klein, wenn du es in deinen Händen hältst, aber verliere es, und du wirst sofort verstehen, wie groß und wunderbar es ist. Jugend geht und kommt nicht zurück, Alter kommt und geht nicht weg. Ernähre einen Weisen, aber mische dich nicht in sein Leben ein. Diebstahl beginnt mit einem Brot und Verrat mit einem Kuss. Ein Baum wird von Würmern untergraben, ein Mensch von Problemen. Wähle keine Frau mit den Augen eines Junggesellen. Die breite Straße ist für diejenigen, die keine Schulden haben. Es ist besser, hungrig zu bleiben, als ein Schuldner zu sein. Ohne Schweiß auf der Stirn wirst du kein Gutes verdienen. Wenn Gold in den Schmutz fällt, wird es nicht zu Bronze. Wenn die Zeit dir nicht wohlgesonnen ist, versöhne dich mit der Zeit. Anstatt den Mund zu öffnen, öffne die Augen. Im Kampf leihen sie dir kein Säbel. Es ist besser, Neid zu erregen, als Mitleid zu erwecken. Von Schönheit kann man sich innerhalb von 40 Tagen sättigen, von einem guten Charakter auch in 40 Jahren nicht. Liebe den, der dich liebt, auch wenn er nichtig ist. Liebe nicht den, der dich nicht liebt, auch wenn er ein Sultan in Ägypten ist. Wer Schulden fürchtet, öffnet die Tür nicht weit. Sag mir, wer dein Freund ist, und ich sage dir, wer du bist. Grabe keinem anderen eine Grube, dir wird auch eine gegraben. Lache nicht über den Nachbarn, dir wird das Gleiche widerfahren. Besuche einen Freund selten, damit er aufsteht, um dich zu begrüßen. Marmor kommt aus guten Steinen, und Gutes kommt aus gemeinsamer Arbeit. Wenn dein Nachbar, deine Frau und dein Pferd dir nichts als Ärger bringen, ziehe weg vom Nachbarn. Lass dich von der Frau scheiden und verkaufe das Pferd. Wenn etwas billig ist, bedeutet das, es gibt einen Makel. Wenn es teuer ist, gibt es einen Grund dafür. Eine Frau kann einen Mann sowohl zum Visier machen, als auch blamieren. Jede Schönheit ist schön, aber die, die das Herz liebt, ist noch schöner. Egal, wie groß die Mannschaft des Schiffes ist, alles hängt vom Kapitän ab. Die Menge des Geldes nimmt nicht durch Arbeit zu, sondern durch Sparsamkeit. Wer mit einem Hungrigen befreundet sein will, sollte sich vorher satt essen. Ein feiger Händler wird weder Gewinn machen, noch Verlust erleiden. Verstand kann man nicht für Geld kaufen. Ein guter Freund zeigt sich in dunklen Tagen. Wenn ein Mensch Schmerz fühlt, bedeutet das, er ist lebendig. Wenn ein Mensch fremden Schmerz fühlt, bedeutet das, er ist ein Mensch. Wenn du Ja zu anderen sagst, stelle sicher, dass du nicht Nein zu dir selbst sagst. Nicht die Schönheit entscheidet, wen wir lieben sollen. Liebe entscheidet, wen wir als schön betrachten. Wenn du diejenigen austauschst, die mit dir den Weg gegangen sind, gegen die, die du auf dem Weg getroffen hast, wirst du sowohl den Weg als auch den Freund verlieren. Das beste Gefühl auf der Welt ist zu wissen, dass du der Grund für jemandes Lächeln bist. Lebe, um glücklich zu sein, sei glücklich, um zu leben. Gute Tage kommen nicht von selbst, du musst selbst zu ihnen gehen. Was schnell entflammt, erlischt schnell. Ohne Schwierigkeiten und Sorgen gibt es keine Gnade. Wer Angst vor Verlust hat, wird keinen Gewinn erzielen. Das Schlechte an der Liebe ist, dass früher oder später für diese angenehmen Gefühle eine Abrechnung kommt. Das Leben ist ein Gefängnis, in dem Gedanken eingesperrt sind. Der Wert eines Mantels zeigt sich im Regen. Auf eine offene Wunde streut man kein Salz. Vielleicht bist du in dieser Welt nur ein Mensch, aber für jemanden bist du die ganze Welt. Nicht zu wissen ist keine Schande, nicht zu fragen ist schändlich. Ein Berg wird sich mit einem Berg nicht treffen, aber Menschen treffen sich mit Menschen. Der Spiegel ist mein bester Freund, denn wenn ich weine, wird er niemals lachen. Alles, was klein anfängt, wächst erfolgreich heran. Der größte Erfolg in der Welt war zuerst nur ein Traum. Der größte Platanenbaum war zuerst nur ein Samenkorn und der größte Vogel war in einem Ei versteckt. Tausende Menschen gehen an uns vorbei, Hunderte sehen uns an, die Hälfte davon blickt uns in die Augen, Dutzende wollen in unsere Seele blicken und nur wenige schaffen es, in unser Herz zu gelangen. Das ist das Leben. Vertraue nichts mehr, als es verdient, denn auch die weiße Rose hat einen schwarzen Schatten. Es ist gut, wenn alles neu ist, aber der Freund alt. Kein Mensch verdient deine Tränen, und die, die sie verdienen, werden dich nicht zum Weinen bringen. Ein Stückchen Liebe erfordert tausend Stückchen Anstrengung. Tausende Freunde können zu wenig sein, ein einziger Feind zu viel. Wer ein Erdbeben gesehen hat, wird sich mit einem Feuer abfinden. Schlechtes wird in Metall geschrieben, Gutes in Eis. Es ist viel besser, in vernünftiger Einsamkeit zu sein, als in dummen Beziehungen. Entweder bist du neben einem König eine Königin, oder neben einem Narren eine Lachnummer. Die Seele braucht weder Kaffee noch ein Kaffee. Die Seele dürstet nach Liebe. Kaffee ist nur ein Vorwand. Eine schlechte Erfahrung ist tausend Warnungen wert. Die Krähe, die versuchte, den Gang der Rebhühner nachzuahmen, verlernte zu gehen. Groll sollte nicht länger als drei Tage dauern. Liebe ist nicht ein Wort, das von den Lippen fliegt. Es ist eine Träne, die aus den Augen rollt. Die Heimat ist nicht dort, wo du geboren wurdest, sondern wo du satt wurdest. Gespräche ohne Tee sind wie ein Nachthimmel ohne Mond. Der Eilige wird den Weg nicht meistern. Wer weint, hat nicht bewältigt. Wer lacht, hat den Tag gelebt. Das eigene Hemd ist dem Körper näher. Von einem Schaf kann man nicht zwei Fälle abziehen. Nenne einen Menschen 40 Tage lang verrückt und er wird es werden. Wer untreue verzeiht, wird mit weiterer Untreue konfrontiert. Menschen ändern sich nicht. Das ist eine Illusion. Mit Verwandten soll man essen, trinken, aber nicht handeln. Wer Bäume nicht liebt, wird auch Kindern keine Liebe entgegenbringen. Liebe ist ein Fluss. Wer nicht eintaucht, wird sie nicht erkennen. Ein gesunder Kopf benötigt kein Kissen. Wer die Rose liebt, wird sich mit ihren Dornen abfinden. Wer nicht erinnert. Wer nicht beenden. Untertitelung des ZDF, 2020